Mit erfüllt kommt der Tod. Der tödliche Dienstag. Wir haben eine vermisste Person und einen Notruf. Bringst die einfach nur nach Hause, schreibst ein Protokoll und der Fall geht zu den Akten. Das ist ein Friedhof. Drei Gräber, drei Opfer, alle weiblich. Opfer Nummer vier. Uns läuft die Zeit davon. Wo ist meine Tochter? Dünentod. Das Grab am Strand. Dienstag, 20.15 Uhr. Dienstag, 20.15 Uhr.